Willkommen zurück, und zwar probieren wir hier mal bei COD Black Ops 3, äh, den Mehrspieler-Monus Black Ops 3 führt eine neue Funktion ein, der die Spezialisten hier Spezialist hat, eine einzigartige Waffe und Fähigkeit, ja, 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 ja Auf jeden Fall machen wir das hier mal mit dieser Schockwelle, das war eigentlich ganz geil Achso, können wir noch nicht spielen, okay, müssen wir hier wahrscheinlich Was aussuchen wir, ähm, Ach, einfach auf dem Bild wahrscheinlich hier rauf, oder? Freischalten und ausrüsten, ja, genau, genau Öffne ich ne Spiel, ja, 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 organ, ja, ja Und den Rest kennen wir hier eigentlich schon, besuchen, Standart, ja, ja, ähm, würde ich sagen, spüren wir mal ne Runde Herrschaft, mal gucken, na ja, alles klar, eh, hier sind schon manche Leute hier, äh, Rang 22 spielt überhaupt keine klar, in Rang 18 23 und dann komme ich hier mit meinen wie ganz schön 13 spieler 12 maximal ach mal das ist doch eine scheiße das ist total verpackt die scheiße je nach normal 13 spieler 12 maximal 12 spieler maximale tot alles noch nicht so hin ja was wir denn da infektion hantet ich sagen machen wir mal infektion dann schauen wir mal da also heißen können von dem modus hat noch nicht so hin der multiplayer wenn man jetzt sehen dann schauen wir mal herrschaft na los hier wir beginnt jetzt ja funktioniert bloß nischt naja endlich lang 24 11 dauer zocker hier oder hatte ist mir manchmal wissen unbegreiflich warum sind spüren sind leute schon 20 25 30 hat die krasse knarre hier ich spreng sie alle bis zur hölle das ziel ein einsatz am rundstart nicht möglich ja stimmt ich bin ja hier alter was war denn das für ein lack der tank aber hier noch ganz schön der tanker wieso man ich hätte mir noch nicht du hängst naja ja ja komm mir kommt vor dass bieter die besser gespürt er ist hier irgendwie noch ein bisschen der schwer schade natürlich auch schon täuschen aber ich habe mir jedenfalls davor nach scheiße Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Wollen ich hier Inks gespülen kann? Äh, naja, scheiß Gott. Nimmt doch keiner irgendwie weh ein hier. Naja, manche sind hier wieder am Dauerzocken. Okay, da wird zwei, oder hier wird die Waffenringe wieder. Komm, nimm mal B ein hier. Los mit euch. Ah, komm. Ach, ich seh grade, ist ja hier wie bei, ähm, Inception, wenn ihr den filmen könnt. Geil. Ey. LB kannst du mal voll vergessen. Aha, gut, das war die Scheiße, alles klar. Ah, ich kann hier Dings nicht führen. Äh, irgendwie ist das... Ein bisschen mehr durch. Bedrohung beseitigt. Bedrohung beseitigt. Was ist denn mit B los, Alter? Ey, wir kriegen B überhaupt gar nicht rum. Eher niedrigend hier. Ja. Ey, guckt euch die Scheiße an. So ein Bullshit, ey. Banzer-Pause. Das sieht so aus, ob die MF-Morani-Sally ist. Äh, okay. Die Runde ist bald vorbei. Mach das wieder weg. Mach das wieder weg. Feind ausgeschaltet. Ah, jener, wisch, ey. Granate! Mann, stirbt doch den Fenner, ey. Ausgeschaltet. Oh, das ist doch ne Standardknarre, ey. Oh, ne, ey. Ich bin nicht. Ach. Ach. Ach, du Scheiße, ey. Das war gar nix. Erledigt. Oh, man. Was macht denn er da? Halbzeit. Ach so, ich dachte, das fährt schon. Ah, okay, Halbzeit. Ey. Die müssen wir hier aber mal... Müssen wir hier mal... Ach, da kommt man nicht hoch, ey. Oh, man. Nein. Nein. Es gibt keine Säen, dass wir hier Bühne spielen. Nein, auch. Die Duratte. Oh, Mann. Oh, Mann. Und wie kann ich hier meine Bühne fahren, hat er nicht... Ich... Ich... Ah. Nicht wen, was ist denn das? Zerstören wir was. Ah, wo bin ich denn hin? Ach, Mann. Nein. Na, Alter. Das war's für Sie. Drohne nähert sich. Sicher bravo. Unbedingt B, ey. Das kann nicht sein. Ah. Ah. Verdammt. Ah, cool. Ist das okay? Nein. Jetzt haben wir wenigstens ein Beat. Ist schon mal... Guck mal, gut. Nein, aber wir haben zwei erwischt. Wirklicher Spezialist freigeschaltet. Yeah. Und zwei Nades. Äh. Zwei erwischt mit den Nades. Sehr schön. Bei B war mir ganz, ganz sicher. Das, was ich brauche. Ah, irgendwie kann ich meine Blinkgranaten nicht erwähnen. Äh. Ist irgendwie belastend. Äh. Ach. Ich hab jetzt auch keinen Bock da jetzt nachzugucken. Das ist nur Zeitverschwendung. Ja. Komm, komm, komm her, komm her, du Sau. Nein. Den hab ich fast erwischt. Aber noch als wäre... Passt. Ausgeschaltet. Das war gut. Passt es nicht ganz. Ah, hier war doch einer. Da hab ich doch. Ausgeschaltet. Ja, weil keiner aufpasst, man. Ach, ey. Jetzt haben wir unter B verloren, ey. So ein... Blitzschlag unterwegs. Ja, für nix, alter. Du kleiner Arsch. Bums. Ja. Mann, warum nehmt ihr hier nicht was ein? Ey. Was ist denn das für ein scheiß Team, alter? Ja. Der rennt einfach vorbei, ey. Ja, ey. Äh. Team? Fragezeichen. Was ist denn das für ein Bullshit Team, alter? Ah, ey. Das ihr seid ein Drecks Team, alter. Das, alter. Könnt nicht mal B einnehmen, oder A, ey. Oh, ich kann nix machen. Ach, ey. Weil die war ja schön die scheiß Runde, hm? Geil. Auch nicht gewonnen. Konzentriert euch. Ja, ey. Scheiß Team, alter. Ja, da steht Ena und Kena kickt genau hin, wo Ena steht, ey. Ey, das ist so ein Kotzen. Ja, da schlubbt Kena, ey. Das ist so ein Kotzen. Gibt's ja auch nicht. Das nervt mich, ey. Übelst, ey. Das hat mich richtig abgenervt, alter. Ja. Das hat ein Scheiß Team, ey. Dafür haben wir zwei mit den Held erwischt. Ja. Komischer Stahl-Ding, der hat sich gewartet ist. Die erwischt. bin ich hier der einzige der kämpft da perfekt ein schuss ein treffer wirst es nicht mal hören was war denn das für ein fickteam er hat nicht mal was eingenommen 27 27 naja oder schon mit rang 2 was wollte er ey das ist belastend das ist eine schöne farbe ich wollte schon sagen ja auf jeden fall hier außen 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 aus der lobby raus auf jeden fall wenn man die knarre ich immer behalten ach so wie kann man natürlich die waffe weder rei machen wir hier schon ein visier an das machen wir schon mal ran ist dran ja hier ist sekundär ja ich glaube ich spiele in der panzerforce da brauche ich eine pistole warum ich die erschütterung nicht schmeißen kann das nervt mich auch ein bisschen ab aber egal da kriegen wir alles noch raus und zwar in der nächsten ruhe nach haut da rein bis dann dann geht's 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 dann geht's